Hallo und herzlich willkommen zu Need for Speed Payback und wir sind immer noch ein Porsche Panamera unterwegs und direkt neben uns, neben der Garage ist direkt die nächste Wanderer Mission aber wir werden erstmal kurz in die Garage gehen ich will Optik mal kurz was ändern obwohl ich diesen Blauton eigentlich schon relativ geil finde Polizei Militärgrün Naja, ich bleib bei unserem schönen Blau das passt zu dem Auto irgendwie Stance machen wir mal und auf normal Höhe auch mal Hier so viel Sturz, Alter, das sieht aus Lass es mal so Das passt so Ähm Gut, dann machen wir uns los zum Rennen Die Kache ist sogar Der Sound Fluchtpunkt Ja Achso, wir wollten die Ferien nur ändern Machen wir mal Hallo Sorry Broker, gibt eine Planänderung Was ist so? Der Underground soldier hat der Leifhausen und wurde erforscht Ich will ihn jetzt ab Oh je Ihr soll wachen spielen Okay, nothing hier bevor sie jetzt zu uns Ouh Wo bist du? Ich bin Wo ich bin Ich bin unterwegs, um einen Olli-Tür in den Arsch zu retten Schumpf und schaffst Aber noch was wir denken Das ist doch Herr Hans Aber schön Er hat vor, dass die Lumpenbauer Jetzt hab ich die wieder am Arsch Muss ich mich wieder drum kümmern Das ist doch schön episch hoch treffen Hat aber Ruhe noch Aller Ruhe einzustellen Ach ja Klaue Hallo Wie? Warte, die Ruhe weg, ey Jetzt geh ich da Was ist denn da? Was ist denn da? Ja Das war so klar Wie ein scheiß BMW ist, Junge Was zum Teufel sollt ihr das sollte? Ah, schießt sich hier gegen sie ab Je Ah Oh ne, das war scheiße Was für ein Anblick Was für ihr War Oh Oh Oill Da Bist euch ich hab ihn wohlbehalten abgeholt die krebschaft ist komplett gezählt zeichert schnell klar, ich weiß nicht, wie du denkst ich konnte es mir gleich wir haben einen Weg dort zu dem System und wenn mich bitte nicht schafft oh, das ist ja mal der Zerift ja, na klar tschüssi macht's gut oh man fuck, günstig wieder fast geht's das Tod ist wieder am Start ja oh, what the fuck alter ist klar man sollte, wenn man gerade erst aufgestanden ist sollte man nicht nicht aufs Beat spielen ich kann euch sehen seht aus, als hättet ihr freie Fahrt zur Schiff noch warten hoffen wir uns noch nicht gleich das kannst du ich würde lieber nicht näher nachfaden, was sie kann und was nicht bei dir klinge ich so geheimnisvoll, Charly ich sagte nämlich nichts sie kann so schwierig sein du kannst doch auch schon schwierig sein, Kollege top speed Chidori Chidori ja, genau leck halt noch mehr Coca-Cola, Junge ja, wo darfst du Weihnachten? Weihnachtsmann war auch nicht gewesen, eh sind wir überhaupt nicht vorbei cool, schön auf der Ruhrsprühe ja, wo hat denn der sein Versteck, Alter ist denn sein Ernst? war ja auch nicht lang mit einem Panamera, ja ey die ganze Zeit so pfleglich damit umgegangen dann muss ich hier unter Bumper fahren sag ich doch genau mein Ding hm ich seh's 14er Plug bremsen ja, müssen wir nehmen ist besser, eigentlich eine Stufe besser danke nochmal, Jazz schwinde weg doch so jetzt auf ins innige Reihe oh schön so Jojo was wird die mal ausquatschen naja hacken ist eigentlich nicht mein Ding und trotzdem muss es gut ich schicke dir die Position Auf in die Garage, ich ändere erstmal kurz die Ferien und dann machen wir weiter. Schauen wir mal was so schönes dabei ist. Bei dem Auto eigentlich sowas wie die schon wünschen würde, so mehr Speichigkeit. Sowas ist schon nicht schlecht, was passt zu dem Auto irgendwie. Sowas ist wieder zu... Ach, die fehlen aber auch nicht, hör auf. Auch nicht schlecht. Fassen... Die STR war nicht schlecht hier vorne. Die sehen nicht schlecht aus, nehme ich mal. So, muss ich hinten natürlich genauso machen und dann ändern wir erste Farben. Fähigen... Da. So, Größe, haben wir schon das Größte. Lassen wir auch so... Farbe. Ne, blau nicht. Schwarz. Weiß. Weiße Ferien sind auch geil, oder? Ja. Komplett weiß. Machen wir auch mal. Mal probieren mit dem Fahren, wie es aussieht. So Reifen... Wie so beschadet aus. Och, Mann. Furchtbar. Wieso gibt es vorne keine Kumu Tires? Ach, die oder nicht? Ach, hier. Die sehen nicht mal verkehrt aus, die Ferien. Seht nicht schlecht aus. So, gut. Ja, die Ferien sehen nicht schlecht aus. Hat irgendwas. Aber so schön im Weiß. Seht nicht schlecht aus. Ja, die Schmecker sind verandert. 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 So, wollen wir zum nächsten Rennen. Und wieder knattert, wenn du ihn nicht drehbst, ey. Die fehlt, wenn du... Das ist geil. FPS schwankt manchmal ganz schön. Also, nehmen wir ja die Treffzone mit. こう sitzen. Rechtschirm. Ah, die Kurve ist so krass. Da bin ich mit dem Auto. Ich freue mich schon aufs neue Drifter-Auto. Ne, gut, jetzt. So, fahre ich nur zu dem Rennen hin. Und dann machen wir beim... nächstes Mal mit dem Rennen weiter. Toter Briefkasten. Ne, Toter heißt nicht. Also mal klar, falsche fahren jetzt. Ja, Need for Speedfest ist extrem... extrem krass Grafikspeicher. Gerade hier in der Stadt extremen. Ich weiß doch nicht warum. So, wenn wir die sagen. Beim nächsten Mal machen wir weiter. Und ich sage ciao. Ich helfe schauf. So... Wie schon?